Das ist ein schöner Pfeil. Was hier... War ja klar dass wir da fanden. Hey der Fett du... Hey. Hören Sie. Bitte. Ach scheiße. Was ist mit dem wieder hier... Alles klar? Hallo. Tachin eben da... Da ist. Da drinnen ist mein Kind... Bitte. Lassen Sie es nicht verhungern. Lassen Sie es nicht... ...letten... Was? Der ist tot. Er hat einen Stahlbolzen. Das ist aber kein Tier, wo Stahlbolzen verschießt. Ja, das ist eine Truhe. Hier hat es auch überall Taschen. Aber alle sind leer. Nee, ich kann da was nehmen. Batterien... Können wir den Generator anschmeißen? Was ist denn das? Da ist immer so ein Licht. Leil, dunkle Sichel, Alter. Die brauche ich auch. Nicht? Hier ist eine dunkle Machete. Aber du kannst ja... Verscherben. Verscherben, genau. Das ist die Kohle. Das war aber alles hier, oder? Nee. Nein, ich meine, was wir zusammensammeln können. Aber da habt ihr noch irgendwas. Guck gerade, aber ich sehe nichts. Alter. Also hier unten würde es weiter gehen. Ja, ja. Seht ihr dieses Seil hier? Ich denke mal, das führt da ran. Das führt da lang. Ja. Aber warte, lass uns erstmal hier checken noch. Ja, ich guck gerade, aber ich finde nichts. Ist da oben was? Ich sehe nichts. So wie es aussieht, müssen wir tauchen, Jungs. So wie es aussieht, müssen wir tauchen, Jungs. Meinst du? Ja. Das meine ich nicht nur. Das Seil führt uns da runter. Ich bin schon getaucht. Jo. Komm dir hinterher. Ja. Was? Über Leichen? Was soll denn das für ein Viech sein? Ja, das freue ich mich auch. Wahrscheinlich ein Zombie. Ja, aber was Bolzen verschießen? Ja, das ist komisch. Eine Luftsitz. Äh, das geht. Das geht noch weiter runter. Scheiße. Erstmal Luft holen. Ja, ich habe Luft geholt. Ist genug Luft noch. Scheiße. Weiß gar nicht, ich brauche die Anzeige. Die kommt doch glaube ich nach einer Zeit, glaube ich erst. Ja. Ja. Scheiße, wo kann man Luft holen? Äh, hier hinten an uns war Luft holen. Egal, vielleicht schaffen wir es. Ja. Nein. Scheiße, ich brauche Luft. Irgendwie hänge ich fest. Geht hier lang? Scheiße, ich brauche Luft. Ich folge dem Sein. Ich geh schnell zurück. Ich brauche Luft. Ja, ja, hier ist eine Luftblase. Boah. Das war knapp. Meiner wäre ich draufgekommen. Wo seid ihr? Ich schwimmen gerade. Ich brauche erst Luft. Bin nochmal zurück. Wo holst du Luft? Hallo, ich habe dir doch gesagt, da oben. Ach, dann halt nicht. Wow. Wie viele Fische. Oben kann man Luft holen. Okay. Ja, ich bin bei mir. Tocky, du bist bei mir, gell? Ja, ja. Ja, wir sind da. Wir sind bei da, gell? Hier geht's hoch. Warte, Tocky, bleibt mit Wasser. Warum? Warten wir auf Mars, die kommen. Warte, ich geh nur hoch. Kann man hier Luft sammeln? Ja. Ich geh nur hoch. Oh, Zombie. Uh. Uh. Piss dich. Ich wollte jetzt eigentlich mich ein bisschen... Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, ich bin bei dir, Tocky. Wo bist denn du, Masti? Seid ihr hin? Warte, wo bist du hin? Schwimm einfach den... Ja, du schwimmst richtig, Tocky. Ja, ja. Ja, ja. Schwimm den Weg entlang. Schwimm einfach den Seil entlang. Ich seh die schon. Ja, ja. Alles okay. Ich wollte ja eigentlich jetzt hier meine Fertigkeitspunkte mal verteilen. Ich hab ne Beschwendigkeitspunkt. Was ist das? Rückschlag. Totaler Wurf. Brecher. Ja, Mann. Immer Brecher. Okay. Und dann hab ich auch noch... Stufe Fahrer. Minenminen. Verstärkter Käfig. Ja, Mann. Oh, kann ich das nicht kaufen? Ja, ich höre dir eigentlich das dumpfe Grollen. Ah. Was hören wir? Dumpfes Grollen. Nitro, Mechaniker Stufe 3. Die ist wieder so feucht und dampfig, dass die ganze Sicht wieder so voll... Ja. Das ist das, was wir so lieben, gessen. Wir müssen nochmal ins Wasser springen. Ne, wobei... Wir müssen oben drüber. Ne, wir müssen oben drüber. Ich upgradee mal meine Gesundheit. Ja, wir sind noch da. Ich checke grad nur die Lage. Und meine Ausdauer. Masi, spring mal da rein und check die Lage, okay? Mhm. Okay. Warte, warte kurz auf mich. Ich check grad die Lage hier. Wiedertauchen, aber das Seil ist da ruhig. Nein, 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 nein. Das Seil geht woanders hin. Wir checken nur hier mal. Hier ist nix. Ist da was? Okay. Ne, wir können raus. Nicht Ruhe oder sowas? Negativ. Gut. Gehen wir den Seil weiter entlang. Ja. Und wieder runter. Warte, warte. Nicht, dass wir irgendwas... ...verpassen. Na, da kommt so'n fette Hai entgegen. Ja. Und mit einem Hass weg. Hup. 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 Oh scheiße. Hier ist Luft. Nein, nicht. Egal. Bei mir hängt's grad. Egal. Taucht, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher. Leute, hallo. Was? Bei mir hängt's. Was hängt? Das Spiel? Ja, warte. Ich geh kurz Luft holen und dann komm ich. Ja, warte auf mich. Ja, ja, klar. Ja. Jetzt müsst ihr warten. Nicht, dass ihr jetzt gleich im Weg geht, weil ich kenn Zocki. Ne, 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 ne. Wir warten. Fischli kommt herkomme. Ja. Nie mehr Fischli. Komm hoch. Luft schnappen. Okay. Gehen wir weiter. Alter. Sind wir überhaupt richtig? Was haben die hier alles hingeschleppt? Vor allem da hinten geht's weiter, gell? Ne, weiter geht's nicht. Ist nur ne größere Höhle. Guck auf die Karte. Aber Katja da was sein kann. Oh oh. Was? Wir brauchen Luft. Ja, zur Hälfte. Jetzt bleibt cool. Wir können gleich wieder Luft schnappen. Ist hier da oben. Ja, geht's heil hoch. Die Höhle. Da. Ach. Ja. Boah. Was ist das? Oh nein. Was, 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 was? Hört ihr das? Hm. Was, wie viele Dosen sind denn hier bitte? Ein Kinderzombie ist hier. Wir müssen uns ganz langsam ranschleichen, um das Genick zu brechen. Ja. Wenn das Ding los anfängt zu schreien. Wie schleicht man nochmal überhaupt? Mit C. Woher kommen all diese Konserven? Der C. Ja. Da duckt man sich doch bloß. Ja. Das ist doch schleichen. Alter, das ist echt krank. Ah, scheiße. Schnauze. Das war knapp. Snoop. Was? Das ist tot. Ja und. Nochmal. Snoop. Kopf ab. Aber. Viele Konservendosen. Ey Snoop, schau mal hinter dich. Das war's also. Voll die Malereien. Ja. Und ein Manga. Das Kind hat hier überlebt, bis es sich irgendwann mal verwandelt hat. Ja. Krack. Aber vielleicht war das noch nicht alles. Da steht sauber in dem Bereich. Da überzieht den Bereich. Aber das ist nicht hier. Nee. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Wir müssen da hoch. Hoch? Ja. Wieso hoch? Gibt es nicht? Gibt's da auch? Da gibt's noch. Okay. Ach du Scheiße. Upsala. Ein Fehltritt. Und der Hepp. Hä? Der Hopp. Und weiter. Und draußen. Wow. Wir sind in einer Stadt. Nee. Das ist einfach nur ein Park. Wir hätten nur den Brunnen runter springen müssen. Dann wären wir dort gewesen. Ja. Weiß schon was. Boah. Diese Säge. Die ist echt gut. Boah. Hey. Hier alter. Ja jedes Mal mit deiner scheiß Ninja Kluft. Du bist nur neidisch alter. Mülleimer können wir auch durchsuchen gell? Ja. Wie die Messis. Masti Messi will jetzt hier Mülleimer wieder durchsuchen. Und Zocki Messi. Hat Mülleimer durchsucht. Weil die. Hat die Mülleimer durchsucht. Lieber liegen bleiben sollen. Wo müssen wir denn jetzt ganz genau hin um den Bereich zu säubern? Da ist doch markiert auf der Karte. Hoch oder was? Da siehst du wohin. Äh wartet mal. Wartet. Was? Ach hier. Hier kann man keine Pflanzen mehr sammeln. Ne. Doch. Okay. Woa. Ah. Sind du jetzt hinten? Nach oben. Hier sind Autos. Können wir erstmal looten. Oh oh. Warum bebt die Erde? Ne Frage. Da ist wieder Fluchtzeug. Ah. Viel zu weit weg. Habt ihr hier schon gelootet? Kann das sein, dass das hier auf dem Berg ist? Ja. Wie kommen wir denn da hoch? Gute Frage. Vielleicht außenrum? Komisch. Ja, ich denk mal hier die Straße weiter entlang, oder? Das sieht aber nicht aus. Oder geht es wirklich unterirdisch weiter? Ich glaub nämlich auch. Das ist voll weit weg, alter. Wo ist das? Ach, das ist da hinten. Ja, guck doch auf der Map. Dann siehst du, wo es ist. Warum sollen wir denn dort den Bereich säubern plötzlich, nachdem wir das Kind in der Höhle umgebracht haben? Weil es vielleicht noch mehr gibt. Ja. Ich glaub wir müssen unterirdisch weiter, oder? Aber es gab doch gar keinen Weg mehr. Ja, lass uns doch mal jetzt da hingehen einfach. Von oben. Ja. Oder wo du noch stundenlang rumrätst du enttäuscht? Ach, verdammt nochmal. Zu dumm, um in den Wohnwagen hochzuklettern. Gibt's auch noch ein paar Sachen. Nicht viel, aber ein paar. Joa, aber... Wir können alles brauchen, du. Die Autos sind teuer im Unterhalt. Ja. Ja. Polizei Autos. Ich les mal das Schild. Ach so. Und? Das sind Bullenautos. Ja. Ja, schön. Wer macht? Nubi? Ja, ja. Du bist schon zerknack. Benzin. Kabel. Ah, Schmierstoff. Äh, da vorne ist noch ein Polizeiauto. Immer langsam, Masti. Immer langsam. So, was haben wir denn da? Ah, den Hammer. Den können wir zerlegen. Dunkle Sichel, zerlegen wir auch mal. Das ist alles über 1000. Also alles, was über 1000 ist, behalte ich. Der Rest wird erstmal zerlegen. Aber immer nicht offen. Offen? Jawoll. Boah, hier liegt ne Uzi. Ne MP. Mücke, richtig. Warte mal. Meinst du so eine vielleicht, Zocki? Warte, ich zeig's mir gleich. Zebra Machete. Ja. Meinst du so eine? Nein, ich hab so eine. Ich hab so eine. Ja, guck mal, meine. Wie viel Schaden macht die? Habt ihr jetzt grad geschossen? Äh, ja, ich... 331. Die ist gar nicht mal so schlecht. Meine geht mehr ab. Wieso, wie viel hat die? 429. Oh, gar nicht mal so schlecht. Das hat wohl niemand interessiert, dass wir geschossen haben. Ne, ich hab ja auch hier alle unter Kontrolle. Ja, wo sind die hier? Runner? Kein einziger. Ich hab alle unter Kontrolle. Ich hab allen das Genick gebrochen. Normalerweise... Runner kommen sofort angerannt, wenn du hier bist. Äh, äh, stimmt. Hier scheinen wohl keine Runner zu sein. So, was ist mit dem... Wir haben noch die Päckchen aufgelöst. Wer macht das? Ich mach die Kiste. Ja, ich mach das. Was? Ich mach die Kiste. Jetzt komm schon. Hab's. Klicki, klacki. Und... Eine Sege. Wow. Gar nicht mal so schlecht. In Rot. Nice. Ich hab sie bis jetzt nur immer in... Grün gefunden. Oh, geil. Fanatische Brechstange. Okay. Ist sie gut? 1200. Ja. 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 Masti, wie sieht's aus? Gleich. Auf. Sehr schön. Was haben wir da? Wow, ne fantastische Sense. Die ist ja geil. Fanatische. Wildes Beil. Ne, ist auch fanatisch gewesen, oder? Ah, meins war net so... Ne, die heißt ja tatsächlich fantastisch. Fantastische Sense heißt die. Die ist so mit so... Spinnen... ...Skin-Überzug. Also mit so Spinnen-Netzen-Überzug. Also mit so Spinnen-Netzen-Überzug. Nein, was für'n Schaden? Äh, 1000... Was war die? Äh, 1300. Okay. Voll gut. Das ist wirklich gut. Warum hab ich sowas mitbekommen? Weiß ich nicht. Mal gucken, wie weit ich die hochpushen kann. Upgraden. Machen wir mal... Warum kann ich keinen König einsetzen? Hast du vielleicht keinen? Ja, dann muss ich den bauen, oder was? Nein. Wie baut man König? Unter Entwürfe. Ritter... Raufbold... Ach, ich... Raufbold... Kann man... oder kann man die gar net? Ne, kann man nicht. Doch, die kann man doch bauen, oder? Ne. Ne. Und nochmal ein Raufbold. Zwei Raufbolde. Ja, nice. Jetzt hat das Teil... kurz mal... äh... 1757. Jetzt machen wir noch ne Mod drauf. Was nehm ich? Äh... Den Entlader. Oder das Engelsschwert. Das Engelsschwert ist halt schon das Beste, ne? Ja. Aber ich würd auch mal gern den Entlader... benutzen. Ja, ich mach mal den Entlader drauf. Zack. So... Gegen die MP. Jetzt hab ich zwei modifizierte... Hier... Guck dir das Teil an! Ja! Guckst dir an! Voll gut, oder? Ja, auf jeden Fall! Guck! Guck! So, mit diesem... Spinnennetz-Skin sieht das schon nice aus! Nice Waffe! Snoop, was machst du? Snoop! Ich brech mir ne Waffe zusammenbasteln grad! Ah, ok! Schau mal dort hinten, da sind noch Mülleimer! Komm, Masti! Messi, komm! Hab ich schon, hab ich schon! Wusst ich's doch! Und uns nix sagen, ne? Aber du rennst hin! Du Messi, du! Ja! Komm, solange der baut, mach ich da oben den Ding auf! Den was? Ja, den, äh... Ambulanzwagen hier, den Krankenwagen! Oder in Deutschland sind's DAL-Fahrzeuge! Ja! Nur weil sie gelb sind, schon offen! Krass! Wie schnell ging das denn? Medi-Kids! Nö, bei mir zwei! Äh... Oh, schau mal ein anderer! Ah, ne! Auch wieder Sattelschlepper! Ja, der hat bestimmt Wenzel! Ja! Der Sattelschlepp! Grundstoff! Beides leer! Ja! War ein bisschen drin, du! Snoopi, kommst du? Jo! Jo! So, mein Brecher ist ein Zusammenbauen hier! So, jetzt! Wo bleibt ihr? Hochgelaufen! Ich mach mal hier... Ja, ich deck dich! Oh, nur auf dem Weg! Abgebrochen! Ja, da hinten ist hier so ein... Äh... Wie sagt man? Leuchtturm! Wow! Nicht gut! Inventar voll! What the fuck! Hochwertiges Kurzschwert! Schaut euch mal die Brücke an! Ja! Ist das ja kaputt! Achts, ey! Ach! So! Was ist mit der Brücke? Ja, da gibt's einiges zu holen! Brauch ich gar nicht mit mir! Aber weg! Jemand ist in Gefahr da drüben. Sollen wir den retten? Er ist nicht weit entfernt. Gleich da drüben. Da! Ich helfe ihm! Warten Sie, ich komme! Halten Sie durch! Nein, ich bin zu spät gekommen. Ne, er lebt doch noch. Gerade eben ist er noch gelegen. Gib mir mein Geld, Mann. Was, nur 300? Mir hat er ein Ding gegeben, so ein Upgrade. Wie ein Upgrade? Upgrade für die Waffen. So. So ein König-Ding, oder? Ne. Ich habe einen König vorhin gekriegt von so einem Zombie. Echt? Ja. Wo rennst du hin, Snoop? Gucken, wieso? Wir müssen hier entlang. Ja, dann lass uns mal laufen, weil lange wird es dunkel. Oh ja. Ja, ich weiß. Oh oh. Äh, was? Ja, ja. Geht wieder auf die Straßen. Es sind zwar Zombies, aber auch Benzin und Autos und... ...macht schnell, öffnet die Autos. Im Kofferraum liegt noch ein Handy. Danke. Benzin hat er mir keins gegeben. Sie sollten gehen, es ist langsam keine Zeit mehr. Ernte? Warte mal. Es ist eine andere Quest. Oh, die ist sehr schwierig. Die machen wir besser nicht. Ach, der hat direkt eine neue... Ja, ja, deswegen. Aber die Trockenheit ist hier auch in der Nähe. Okay. Ja, ja. Ja, war schon mit einer Quest, was wir jetzt da gemacht haben. Die ist fertig. Der hat gleich umgeschalten auf die nächste. Säubere die Gegend da. Das ist aber sehr schwer. Willst du bestimmt nicht hin. Nee, ich glaube, das ist jetzt noch nicht so gut. Also weiter. Ey, der war endlich mal Benzin. Wir müssen hier rüber. Mit den Buggys wäre das viel besser, Mann. Warte mal, ist hier nicht irgendwo ein Häuschen in der Nähe oder so? Nicht wirklich, ne? Nur ein Schattenjägernest. Das könnte man auch mal eins ausheben. Ja, weißt du, wie schwer das ist? Nein, weiß ich nicht. Okay. Ja, komm, dann hör mal auf zu palabern unter allem und zwar. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh, die nächste Hütte ist hier. Ich hab markiert. Hier lang. Warte, ich hab hier Krankenwagen. Ich hab einen Krankenwagen geöffnet. Kommt. Okay, dann halt nicht. Und weg. Halt, wohin? Los, folgt mir. Ich hör dir schon zu. Nur wohin wollt ihr rennen? Der rennt uns hinterher, Feige. Ja. Wo ist der? Irgendwo hinter uns ist mir scheißegal. Der ist nicht hinter uns. Oh, doch! Oh! Scheiße, 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 scheiße! Komm jetzt endlich. Nimm deinen Scheiß sein. Hoppa. Hoppa. Wo soll denn jetzt hier das Häuschen sein? Warum sind wir hier runter? Bewegt dich. Das ist für eine riesige Brücke, Mann. Äh, da ist ein Spucker. Ja, scheiß auf den. Was ist denn los? Wer schießt? Oh, jetzt. Der Spucker schweckt. Weiter, weiter. Bewegung. Snooby schießt. Bewegung. Los, 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 los. Ja, nur, dass ich außer Puste bin. Los. Ich muss mich mal heilen. Hinter dir. Ja. Ja. Da, hinten. Ich sehe das Haus. Lasst uns da hin. Schnell. Über die Wiesen. Das habe ich auch markiert. Siehst du es nicht? Ja, ich habe ja auch gesagt, ich sehe das Haus. Gut. Und nicht, da ist ein Haus. Geht mir aus dem Weg. Ich weiß schon, dass ich dir gerade das Leben gerettet habe, gell? Du warst am Heilen. Zack. Wir sind jetzt in Ordnung, Mastery. Komm, lauf. Hier waren wir doch schon. Ja, in der Safe Zone. Ja, aber hier können wir wenigstens unsere Fahrzeuge wiederholen. Boah. Ey, alles klar. Ey, hier ist auch ein Händler jetzt drin, sehe ich gerade. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Wie dankbar wir sind. Was hast du gesagt? Händler ist hier. Willkommen. Sehen Sie sich ruhig meine Waren an. Oh. Okay. Aber ich will gar nicht zum Händler. Ich will zum Bett. Oh doch. Ich will was verkaufen. Ich muss zum Bett. Wo ist das Bett? Und hier ist die Küche. Das Bett ist oben, ne? Mhm. Ja. Gut. Einiges Zeug da reinlegen. Boah, die ist im Schaden natürlich viel, viel besser, sehe ich gerade. Boah, die hat ja 2000. Ja! Wieso ist die so verdammt gut? Warum habe ich so viele Hammer? Keine Ahnung. Ich mag keine Hammer. Ich kann mir ein grausames Messer holen. Was sind das bitte für Namen? Feuerwehr, Axt, eine reicht. Er will ja irgendwas von uns. Dann holen wir jetzt mal da hier rein. Dann modifizierte Axt. 1800. Ist ein Kurzschwert, egal. Mach mal da. Alter, ich habe in meiner Tasche, habe ich... 1, 2, 3, 4, 5, 5 Katanas, Alter. Alter, diese Sense, die ist ja... Weißt du, wie ich... Ich habe die doch jetzt so getunt. Die macht 2223 Schaden. Diese neue Sense. Ja? Alter, ich habe noch nie so eine starke Waffe gehabt. Mein stärkstes Katana macht 2573. Ich habe ein hochwertiges Abfuhrungskurzschwert mit 2100. Und... Ja, sonst habe ich nur schlechte... Ich habe auch nicht wirklich aufgerüstet. Okay, Leute. Es ist dunkel. Sollen wir schlafen gehen? Ja. Warte mal, ich will mal noch ganz kurz gucken, was der im Laden noch hat. Dann können wir schlafen. Hey, guck mal, der will... Ich glaube, mit dem kann man reden gerade, gell? Mit dem haben wir schon vorher, letztes Mal geredet. Wenn ich da klicke, dann steht, warte auf andere Spiele. Strompfeil. Gott ist nice. Was steht wieder zocken? Ja. Damit du halt zwei Sätze mit dem redest. Das haben wir doch das letzte Mal schon gemacht. Ja, warte, ich komme. Was? Nachtüberleben? Wir... Wir können Ihnen leider nichts geben. Achso, okay. Fühlen Sie sich bitte von nun an hier zu Hause. Unser Haus ist auch hier. Ein sicheres Plätzchen zum Auswohnen kann ein echter Lebensretter sein. Danke. Ein Turbo-Sprecher. Immer Schlimm sein, oder? Noch nicht. Das ist noch nicht Zeit. Das ist noch nicht eins. Das ist nachts schon. Ja? Die Nacht bricht an. Okay. Entschuldigung. Ich hab jetzt ein bisschen zu langsamer. Ach, the fuck. Die Nacht bricht an. Die Nacht bricht an. Also gut, geh mal schlafen. Ja. Nimm mich mit. Kuscheln. Wo ist das Bett? Ach hier. Wir müssen hier auf dem Boden schlafen. Oh, toll. Toll.